Gut, Norbert, du kannst starten. Danke. Ja, schönen guten Abend an die große versammelte Zahl der Vogelfreunde, vor allem Greifvogelfreunde. Ich bin also der Norbert Bühringer aus dem Almtal in Oberösterreich und langjähriges BirdLife-Mitglied, sehr aktiv ist hoffentlich. Ich bin derzeit stellvertretend in Oberösterreich und seit meiner Jugendzeit mit der Vogelkunde intensiver befasst und auch mit der Vogelfotografie. Also zu den Bildern ist zu sagen, wenn nichts dabei steht, sind sie von mir und von ein paar Kollegen, habe ich mir mit bestem Dank Fotos ausgeliehen, die mir dann der kenntlich gemacht sind durch eine Namenteninnung. Der Ton passt, da tun wir sie lauter reden oder leiser? Bei mir passt's. Okay. Passt gut. Wann keine großen Einwände kommen, fahre ich vor. Ja, Greifvögel in Österreich, Arten, Merkmale, Bestimmungsprobleme. Das erste Bestimmungsproblem. Lisa, was muss ich machen, damit die Folien weiterlaufen? Ah, jetzt geht's. Okay. Österreich ist durch seine Lage und seinen Anteil am Alpenraum, am Alpenvorland, der böhmischen Masse und auch dem banonischen Raum relativ reich, trotz seiner geringen Größe an Greifvögeln, an Brutvögeln in erster Linie. Es brüten 13 Arten in Nordwösterreich, wobei man sagen muss, 13 Arten Greifvögel und 5 Falkenarten. Falken sind ja früher immer einfach zu den Greifvögeln gezählt worden. Inzwischen hat man erkannt, dass sie gar nicht so nahe verwandt sind und dass sie eigene Ordnung darstellen. Also 28 Greifvogelarten, 9 Falkenarten sind in Österreich nachgewiesen. Davon brüten 13 Greifvogelarten und 5 Falkenarten. Der Rest sind Durchzügler und Gäste bzw. Ausnahmeerscheinungen. Die Greifvogelarten, die bei uns brüten, inklusive der Falken, also der Einfachheit nenne ich die immer gemeinsam Greifvögel, obwohl die Falken in der eigenen Ordnung sind. Die häufigste Art ist mit Abstand der Mäusebussard, gefolgt vom Turmfalten. Dann in absteigender Reihenfolge eine ganze Kaskade an Arten, die mittelhäufig sind, bis zu den ganz ganz seltenen wie Rotfußfalke oder Kaiseradler oder die Kornweih von der Bestandszahl Eruierenhauptkinder. Es sind aber nur wenige Paare, die in Österreich brüten. Viele Greifvogelarten sind entsprechend gefährdet. Also die rote Liste hier bedeutet zum Beispiel critical endangered, vom Aussterben bedroht oder endangered, also stark gefährdet, gilt für sehr viele Arten und nur ungefährdet sind nur wenige, wie zum Beispiel der Wespenbussard oder Sperber-Mäusebussard. Steinadler gilt neuerdings als ungefährdet oder der Baumfalke zum Beispiel. Das heißt also, Greifvögel sind durchaus in vielen Bereichen nicht nur durch den Lebensraumverlust, sondern auch durch in der Vergangenheit aktive Verfolgung an den Rand der Ausrotung gebracht worden. Viele Arten haben sich hervorragend erholt durch strenge Schutzmaßnahmen. Legal geschossen oder verfolgt werden dürfen Greifvögel in ganz Österreich nicht mehr. Es gibt in manchen Bundesländern Ausnahmen für manche Arten, die dann doch auch legal erlegt werden dürfen, was äußerst kritisch zu hinterfragen ist. Die Ampelliste hinten dran bezeugt, denn aktuelle Gefährdungssituation rot bedeutet zum Beispiel akute Gefährdung oder sehr starken Rückgang. Und man sieht also rot gelistet sind in erster Linie der Kaiseradler aufgrund der illegalen Verfolgung, die also wirklich bedrohliche Ausmaße annimmend in Österreich oder der Rotfußfalke, der kurz vor dem Verschwinden ist oder auch der Sakerfalke, der eine winzig kleine Population im panonischen Osten Österreichs inne hat. Greifvogelbestimmung, worauf muss man da achten? Es ist ein Thema, wo viele Vogelgrundler mit Schaudern zurückschrecken davor, ähnlich wie Lemikolen oder andere Orten. Ich habe jetzt da eine rote Linie bei mir im Bild, keine Ahnung wo die herkommt. Ja, worauf ist zu achten? Die Größe, falls sie einschätzbar ist, wobei man da sehr sehr vorsichtig sein muss. Ohne direkt Bezug zu einer anderen Vogelart kann man sich bei der Größe je nach Entfernung grob verhauen und ein Mäusebusser kann durchaus wie ein Steinadler wirken, aber auch umgekehrt. Die Flugweise ist bedeutend, die Art und Weise des Kreisens, des Gleitfluges oder Ruderfluges und auch ob Vögel rütteln gibt einen wichtigen Hinweis auf die Ortzugehörigkeit. Die viele Merkmale natürlich, sofern man sie sieht, Farbe und Zeichnung sind wesentlich und das führt natürlich dazu, dass also optische Ausrüstung eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Greifvogelbeobachtung ist. Also sehr gutes Fernglas im günstigsten Falle inspektiv und auch gute Bestimmungsliteratur sind da unumgänglich, um schwierig zu bestimmen, die Orten einigermaßen zuverlässig zu bestimmen. Proportionen und Form des Körpers, der Flügel des Schwanzes sind wesentlich für die Bestimmung. Also man sieht, es ist eine ganze Palette an Einzelfaktoren, die herangezogen werden muss, um eine Vogelart oder eine Greifvogelart konkret und korrekt bestimmen zu können. Manche Orten sind einfach, andere sind eben schwierig. Beine, Wachshaut, Augenfarbe, also die unbefiederten Körperteile eines Greifvogels, Beine oder die Läufe und die Zehen, beziehungsweise die Wachshaut, die unbefiederte Haut am Schnabel, an der Schnabelbasis, sind oft charakteristische Merkmale, entweder gelb oder orange oder grau gefärbt. Und auch die Augenfarbe ist ein wesentliches Kriterium, also die Irisfarbe, wobei die Iris bei vielen Arten sich mit dem Alter ändert. Also es gibt Arten, die als Jungfügel helle Augen haben und dann mit dem Alter eine dunkle Iris bekommen und auch umgekehrt. Die Mausa ist wesentlich, immer auf Mausa-Anzeichen achten, das ist für die Altersbestimmung ganz, ganz wichtig. Und eine korrekte Altersbestimmung ist bei vielen Arten essentiell für die richtige Artbestimmung. Welche Probleme gibt es in der Greifvogelbestimmung? Große Entfernung, also viele Vögel sind nicht gerade meilenweit, aber extrem weit entfernt und man tut sich also schon aufgrund dieser Distanzen schwer bei der Artbestimmung. Schlechte Sichtverhältnisse, also Nebel natürlich, aber auch diesiges Wetter oder bei großer Hitze flimmern, erschweren die Bestimmung ganz massiv. Man hat keinen Größenvergleich, also ich kann nicht sagen, ist der Vogel groß wie ein Adler oder ist er doch nur so groß wie ein Mäusebussard. Das macht es extrem schwierig, wichtig sind hier andere Arten zum Vergleich heranzuziehen. Also Alten, Dohle zum Beispiel häufig oder Krähen oder Dohlen im Tiefland sind wichtige Anhaltspunkte für die korrekte Größeneinschätzung. Und Greifvögel und Falten sind in aller Regel scheu und relativ schnell. Also sie sind wirklich flüchtige Tiere, die also meistens eine große Distanz zum Beobachter einhalten. Das rührt einfach daher, dass sie Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang massiv verfolgt worden sind und sich diese Scheu erst allmählich wieder legt. Und nicht zuletzt gibt es sehr viele ähnliche Arten, also unter den Falten zum Beispiel, unter den Weihen zum Beispiel, sehr berüchtigte Artengruppen oder auch die Bussarde oder Adler, wo man wirklich gut eingeschaut sein muss und vor allem sehr, sehr viel Erfahrung haben muss, um viele Arten korrekt zu bestimmen. Und es fehlt niemandem einen Stein aus der Krone, wenn er mal sagt, den Vogel kann ich einfach nicht bestimmen. Das wird oft passieren und sie auf irgendeine Mutmaßung herabzulassen, ist sicher der verkehrte Weg. Ja und dann sind unterschiedliche Alterskleider und Mauserstadien zu berücksichtigen. Die meisten Greifvögel haben ein deutlich vom Alterskleid verschiedenes Jugendkleid und dazwischen gibt es bei vielen Arten extrem viele Zwischenstadien und Zwischenstufen, die das Erscheinungsbild extrem verwirrend machen. Das heißt also, hier ist auch das Alter zu berücksichtigen. Wie gesagt, vorhin schon anhand der Mauser ist es also ein wichtiges Kriterium, um den Vogel korrekt bestimmen zu können. So, wie kommt dieser rote Strich? Ich nehme an, den sehen Sie im Bildschirm auch? Das ist sehr ärgerlich. Ja, den sehen wir. Was mache ich mit dem? Wo kommt der her? Wahrscheinlich habe ich den unter Kommentieren irgendwie gezeichnet, den wir einer hängen. Genau. Vielleicht unter Kommentar oder... Ich werde jetzt einmal kurz die Präsentation finden. Da ist er nämlich nicht hinter... Irgendwie musst du was reingezeichnet haben unabsichtlich. Normalerweise reiniere ich irgendwas, was ich in der Hand habe und gelegentlich... Ich glaube, du kannst das wieder löschen. Du hast das sicher mit der Zeichenvorrichtung eingezeichnet und da gibt es einen Radiergummi. Radiergummi? Schau mal, ob du einen Radiergummi findest, ob du das wieder wegradieren kannst. Beistens gibt es so Werkzeuge. Ja, ich habe den Radiergummi. Ja, jetzt geht es schon, ich bin schon weg. Ja, super. Vielen Dank. Super für den Hinweis, danke vielmals. Jetzt habe ich allerdings den Radiergummi als Werkzeug in der Hand. Für alle Ewigkeit. Ich schließe einmal die Leisten, dann kann ich es schief gehen. Okay, jetzt müsste es wieder passen. Also die erste Art Wespenpussert. Ein Vogel, der schon erhebliche Bestimmungsprobleme verursachen kann, weil er einfach am Mäusepussert oder am Habicht äußerst ähnlich sein kann oder auch ist in dem Zwischending zwischen Mäusepussert und Habicht. Er ist langschwänziger, etwas schlanker und meistens weit heller auf der Unterseite als die üblichen oder durchschnittlichen Mäusepussere. Mäusepussere, typischerweise quergebändert, also ein Adultervogel mit viel Querbändern auf den Unterflügel und auch gebänderte Flanken und gebänderten Bauch. Eine gelbe Iris, Mäusepussere haben nie eine gelbe Iris, falls man das sieht, also nur der Altvogel des Wespenpussens hat eine gelbe Iris. In diesem Fall ein Männchen, kenntlich an dem scharf abgegrenzten dunklen Hinterrand, der beim Weibchen da diffus verlaufen würde. Wespenpussert ist eine extrem variabel, die können ganz, ganz dunkelbraun, fast schwarz sein und können fast weiß sein. Also das macht es ein bisschen schwierig, gibt es einige Orten, auch den Mäusepussert, die unglaublich variabel sind in der Gefiederwerbung. Das muss man einfach berücksichtigen. Das ist jetzt ein dunkler Vogel, aber schon anhand der Proportionen ist der Wespenpussert recht gut bestimmbar. Er hat einen Schwanz, der ungefähr so lang ist wie die Flügelbreite. Beim Mäusepussert wird es deutlich kürzer, es ist eher ein schlankerer Vogel und ganz typisch für den Wespenpussert ist auch noch der kleine Kopf und der weit nach vorgestreckte Häus. Ein Mäusepussert ist gedrungen, hat einen kurzen Häus und den Kopf immer recht stark angezogen. Also das ist ein typisches Wespenpussert, Merkmal in den Proportionen, Schwanz so lang wie die Flügelbreite. Und im günstigsten Fall sieht man immer irgendwelche Zeichnungsmerkmale. Im Sitzen, ein adulter Wespenpussert, der hat schon so wie Iris, blau-graue Wachshaut. Im Gegensatz zu einem Mäusepussert, wo sie gelb ist und extrem derbe und kräftige Grabfüsse. Also der krabbt wirklich Erdwespen und Hummelnester aus. Mit dieser Nahrungsbiologie ist er natürlich ein Zugvogel, also ein Langstreckenzieher. Und berühmt ist ja der Greifvogelzug in Kärnten am Dobradsch, wo also tausende Wespenpusserte jedes Jahr nach Süden ziehen. Markant und typisch für den Wespenpussert ist eben, dass er Erdwespen und Hummelnester auskrabbt. Also das kann man gelegentlich beobachten. Er krabbt wirklich tief in die Erde und plündert das Nest komplett aus. Trockt also die Waben fort oder nutzt für den Eigenverzehr. Und es rührt daher, dass der Wespenpusser sehr spät im Jahr brütet. Also die kommen erst einmal Ende April, Anfang Mai aus dem Winterquartier. Und die Jungen werden dann irgendwann einmal im August erst flüge normalerweise. Weil einfach die Brutzeit auf die Flugzeit und Entwicklungszeit der Hymenopiären dieser Hautflügler angepasst ist. Ein Jungvogel. Jungvogelvögel sind oft bei vielen Greifvogelarten anders proportioniert. Dann oft kompakter, breitflügeliger. Wahrscheinlich tun sie sich leichter mit dem Fliegen lernen. Aber auch hier typisches Erscheinungsbild. Kleiner nach vorgestreckter Kopf. Interessanterweise hat der Jungvogel eine dunkle Iris und eine gelbe Wachshaut. Also genau umgekehrt wie beim Altvogel. Und ich habe zuerst vergessen zu erwähnen das ganz markante Schwanzmuster des Wespenpussers. Eine breite dunkle Endbinde oder eigentlich eine Subterminalbinde. Die Endbinde ist dann wieder weiß. Aber ich sage einmal einfach Endbinde dazu. Markant schwarz. Und dann eine feine Querwellung auf den Stoßfedern und in der Mitte zwei dunkle dünne Binden. Das ist also das unverkehmbare Kennzeichen des Wespenpussers, wenn man das sieht. Und wenn man schlechte Sichtbedingungen hat, muss man sich auf die Proportionen verlassen. Die Milane. Bei uns zwei Orten, die einmal in früherer Zeit sehr sehr selten waren und einen sehr erfreulichen Aufwärtstrend haben. Derzeit beide Orten eigentlich nehmen relativ stark zu. Milane sind Allesfresser oder zumindest zu einem erheblichen Teil Asfresser. Und dann sind sie also in unserer Kulturlandschaft, die intensiver genutzt ist, relativ leicht. Es sind wirkliche Kulturfolger beide Arten. Vor allem der Rotmieland, aber auch der Schwarze. Und nutzen also das intensiv genutzte Kulturland, um dort noch Opfern auf Mähwiesen und so weiter zu suchen. Also toten Mäusen oder klappen auch die Straßen ab nach Verkehrsopfern. Der Schwarzmieland ist ein Greifvogel deutlich größer von der Spannweite her als ein Mäusebussert. Obersseits einheitlich Schwarzbraun mit diesem markanten Flügelfeld, das allerdings nicht so deutlich ist wie bei seiner Schwester, dem Rotmieland. Und ganz wichtig ist der nur schwach gekerbte Schwanz. Hier ein Altvogel mit grauem Kopf und heller Iris. Schon gesagt, Milane in dem Fall der Schwarzmieland sind also Kleintierjäger und nutzen sehr viel Ars. Schwarzmieland schmarotzen auch bei anderen Greifvögeln. Schwarzmieland und Rotmieland haben auffallend kurze Beine, haben eine sehr langgestreckte Gestalt und im Vergleich zu ihrem Körpergewicht sehr große Flügelspannweiten. Also ganz anders proportioniert als der plumpe Mäusebusser zum Beispiel. Hier ein Altvogel in der Mauser. Schwarzmieland haben üblicherweise sechs sichtbare Handschwingenspitzen. Das ist ein wichtiges Merkmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die sechste hat er gerade vermausert. Also der Mauser hat da gerade die inneren Handschwingen und schiebt die da gerade. Also da darf man sich nicht irritieren lassen. Aber wenn er nur fünf Handschwingenspitzen hat, wird es deswegen trotzdem keine Rotmieland. Also so sieht man wieder, wie wichtig die Beachtung des Mauserzustandes ist in der Greifvogelbestimmung. Ein Jungvogel. Jungvögel sind unterseite zu hell gewölkt. Haben eine dunkle Iris und ein makellos sauberes Gefieder. Weil sie ja mit dem sozusagen frisch auf die Welt gekommen sind. Haben noch keinerlei Mausergrenzen oder Abnutzungsspuren. Und man sieht an diesem Bild, dass dieser schwachgekerbte Schwanz durchaus ganz grott abgeschnitten wirken kann. Also da darf man sich nicht irritieren lassen. Im stark gespreizten Schwanz kann er sogar rund nach außen gebuchtet wirken. Die Schwesternort der Rotmieland. Eine sehr erfreuliche Entwicklung. Der war also einmal einer der seltensten Brotvögel Österreichs. Und nur in den Markteierauern zu Hause inzwischen. Ist er wahrscheinlich von Westen her Bayern, der Schweiz massiv nach Österreich eingewandert. Und als Kulturfolger findet er einen reich gedeckten Tisch vor. Er ist deutlich röter als ein durchschnittlicher Schwarzmilan. Einfach bunter in Summe. Er hat große weiße Handschwingenfelder. Also die Handschwingen sind die Schwungfedern ab dem Handgelenk nach außen. Zehen bei den Greifvögel. Das sind die Armschwingen nach innen. Also Handschwingenfeld ist das da innen. Großweiß. Das hat der Schwarzmilan auch. Aber viel, viel undeutlicher und verwaschener. Also nie in der Ausprägung. Ein Altvogel. Kräftig, großrot, mit schwarzer Bruststellung und hellem Kopf. Der Rotmilan hat eine deutlich größere Schwanzkerbe. Also weit stärker gekerbt. Wobei man da wirklich aufpassen muss. Je nach Schwanzhaltung kann das durchaus unterschiedlich ausschauen. Und zu unklaren Verhältnissen führen. Und es gibt sogar Hybriden zwischen den zwei Orten. Also da darf man sich nicht irritieren lassen, weil man einen Milaner nicht bestimmen kann. Und durch die Mauser können die völlig anders ausschauen. Also keine Rede mehr von einer Schwanzkerbung. Oder die äußersten Federn, die kürzeren und so weiter. Da gibt es so viele Varianten. Wieder ein Altvogel. Gekenntlich an diesem satten Rostrot der Unterseite. Und an den deutlich schwarzen Schaftstrichen an der Brust. Ganz helle Iris, grau gestrichelter Kopf. Also ein unglaublich schöner Vogel. Und das Markante an einem Rotmilan ist, dass er auch auf der Oberseite so zweifarbig ist. Also auf der Oberseite extrem bunt. Wo der Schwarzmilan mehr oder weniger einverritten ist. Jungvogel im Gegensatz dazu viel, viel blasser. Das ist einfach rostbeige. Keine schwarzen Schaftstriche, sondern weiße Federzentren auf der Brust und auf der Unterseite. Insgesamt viel, viel blasser. Der Kopf ist eher gräulich statt weiß mit klarer Strichel. Und auch am Schwanz gibt es ein unrückliches Merkmal. Er hat eine dunkle Subterminalbinde durch. Und da sieht man schon, wenn der Schwanz komplett gespreizt ist, ist keine Rede mehr von einer deutlichen Kerbe. Aber auch bei Jungvögeln, dieses große weiße Handschwingen fällt schon vorhanden. Und ein dunkles Band unten durch am Unterflügel, gebildet von den unteren Armdecken und Handdecken. Typisch für Milane ist, dass sie mit leicht gesenkten Flügeln kreisen. Also leicht nach unten gesenkt. Ganz anders als ein Mäusebusser zum Beispiel. Und wirklich augenfällig ist die Eigenart der Milane, dass sie also den Schwanz in der Körperachse ständig drehen, zum manövrieren. Also das ist wirklich ein auffällendes Merkmal, das die Milane praktizieren. Der Schwarzmilane ist ein Zugvogel, der praktisch nie im Winter in Mitteleuropa anzutreffen ist. Hingegen der Rotmilane kann fallweise bei uns überwintern. Es gibt sogar größere Wintergesellschaften, Schlafgesellschaften. Er ist also im Winter auf Aas angewiesen. Nimmt also gern Verkehrsopfer wie diesen Feldhasen zum Beispiel. Und wie gesagt, er schmarotzt gerne wie hier. Drangsaliert einen Mäusebusser, der gerade verzweifelt versucht, eine Maus im Ganzen hinunterzuschlingen, was er normalerweise nicht macht. Aber damit er es dem Milane nicht wegnehmen kann, bleibt er sich da fürchterlich. Und er hat es wirklich geschafft, sie zu behaupten. Aber der Milane hat ihn minutenlang attackiert und hätte ihn zur Abgabe der Beute zwingen wollen. Ja, Milane machen also Schlafplatzgesellschaften. Hier ein Trupp Rotmilane am Abend am Fuhrsammelplatz. Vor allem aus dem Osten Österreichs ist das bekannt. Aus dem Acht Heihauen. Und dort sind schon hundert und mehr Rotmilane nachgewiesen worden an einem Platz. Die beiden Orten im Vergleich. Links, Rot, rechts, Schwarzmilane. Man sieht also nochmal die ganz markanten Details. Andere Schwanzkerbung, also schwach gekerbt beim Schwarzmilane, stark gekerbt beim Rotmilane. Sattes Rostbraun, zumindest des alten Rotmilane. Und rostfarbiges Braun-Grau beim Schwarzmilane. Beide haben einen hellgrauen Kopf im Adultkleid. Und beim Schwarzmilane diese sechs Handschwingen, die sichtbar sind. Beim Rotmilane nur fünf. Also der Rotmilane hat einen spitzeren und schmäleren Flügel. Und wenn er nicht gerade Maus hat, ist das ein recht gutes Kennzeichen. Und man sieht auch diesen Unterschied im Handschwingenfeld. Also beim Rotmilane groß und deutlich und scharf abgegrenzt. Beim Schwarzmilane diffus. Wobei man sagen muss, es gibt es also wesentlich deutlicher als bei diesem Exemplar. Der Seeadler. Unser größter, also abgesehen jetzt vom Badgeier, größter Greifvogel. Eine Erfolgsgeschichte des Vogelschutzes in Europa. Also war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ungefähr 150 Jahre ausgestürmt in Österreich als Brotvogel. Und die ist eher zu Ende des 20. Jahrhunderts wieder zurückgekehrt. Dank strenger Schutzmaßnahmen in erster Linie in den Nachbarländern. Und hat zuerst in den Donau angebrötet. Inzwischen hat er also den ganzen Osten Österreichs, Nordosten Österreichs besiedelt. Und brötet auch an größeren Fischsteichen. Ist sogar auch in der Steiermark und vor allem sehr stark im Waldviertel. Auch in Oberösterreich hat es schon erste Broten gegeben. Also der ist wirklich am Vormarsch. Und das ist ein Beratebeispiel für eine Ort, die ausgerottet war. Einzig und allein durch die Verfolgung des Menschen und nicht durch Lebensraumverlust. Also er kommt jetzt einfach nur durch Schutz, durch gesetzlichen Schutz und durch Verhinderung einer illegalen oder auch legalen Verfolgung wieder zurück. Und er erobert ein Territorium zurück, das eigentlich größer ist als die Verbreitung, die man ursprünglich gekannt hat. Hier ein Altvogel mit sehr hellem Kopf-Brust-Bereich, heller Iris, strohgelber Schnabel und bei ganz weißem sehr kurzen Schwanz. Also ein typischer Altvogel, wenn er fünf Jahre und älter ist. Und markant beim Seeadler ist, dass er unbefiederte Läufe hat. Im Gegensatz zu den Arten der Gattung Aquila, also den echten Adlern, die also befiederte Läufe haben. Ein Jungvogel in seinem ersten Winter leben also dann zu einem erheblichen Teil von Aas, weil sie einfach nicht wirklich geschickte Jäger sind. Sie sind eher plumpe Vögel, dennoch gelingt es ihnen immer wieder Wasservögel zu erbeuten oder Fische. Aber wenn irgend möglich nutzen sie also Aas. Jungvögel sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein ganz makelloses Gefieder haben, das keinerlei Mausergrenzen, keinerlei Abnutzungsspuren zeigt. Und einen sehr sehr dunklen Kopf, dunkler Schnabel, grau-gelbe Wachshaut und eine dunkle Iris. Die Säger sind generell extrem kurzschwänzig, also da überragen die Flügelspitzen das Schwanzende und sehr kompakte, kräftige, gedrungene Greifvögel. Hier ein Immaturer Vogel, wahrscheinlich im vierten Lebensjahr, der also dann extrem fleckig und bunt schäckig wirken kann. Der Schwanz wird inzwischen weiß durch mehrere Mauserschritte und er mausert also auch im Flügel das Großgefieder, hat da noch drei jugendliche Armschwingen, die viel länger sind als der Rest. Ein Paradebeispiel für junge Greifvögel, die also einen breiteren Flügel haben, als sie dann im Alterskleid haben. Also da verkürzen sich ja die Federn und der Vogel wird schnittiger und eleganter, wahrscheinlich auch weniger in der Jagd. Während er zuerst einfach mit einem breiten und plumpen Flügel natürlich leichter fliegen lernt, als mit einem schmalen Schnittigen. Immaturer Seeadler, von einer Nebelgrähe attackiert. Man sieht also wie dringend nötig der die Mauser hat. Diese großen Greifvögel mausern nicht mehr das ganze Gefieder in einem Jahr, also erneuern immer alle Federn in einem Jahr. Das geht sich nicht aus, da werden sie nicht mehr flugfähig, weil diese riesenlangen Schwungfedern Monate zum Wachsen brauchen, sondern sie erneuern nur jedes Jahr einzelne Federn. Und die Jugendkleidfedern, die da noch über sind, zeigen dann also extreme Abnutzungserscheinungen bis zum völligen Verschleiß. Und erst, wenn der Vogel adult ist, hat er alles irgendwie komplett durchgemausert und bleibt dann sein Leben lang vom Gefieder her weitestgehend gleich. Außer, dass viele Greifvögel und auch der Seeadler immer noch heller werden mit zunehmendem Alter. Hier ein Seeadler im fünften Kalenderjahr, wo der Schnabel noch einen dunklen Fürst hat und der Schwanz noch nicht rein weiß ist. Also hier im Größenvergleich mit einem jungen Kaiseradler, der doch deutlich schmächtiger und kleiner ist. Aber beide kommen im selben Revier vor und streiten sich gelegentlich um ein und dasselbe Beute bzw. um irgendwelches Haas. Nochmals ein adulter Seeadler, strohgelber Schnabel, helle Iris, sehr helle Kopf- und Ralspartie, auch der Oberflügel ist sehr sehr hell und vor allem der Schwanz blütenweiß. Bis auf Verschmutzungsspuren natürlich, die durch die Jagd entstehen und die zwei Spitzen der mittleren Oberschwanzdecken, die immer dunkel bleiben. Also da sieht man, wenn man ganz scharf schaut, verschiedene, das Gefieder schaut makellos aus, aber es hat verschiedene Feder garnituren. Alles, was da dunkel ist, ist erneuert worden, ist relativ neu und dazwischen sind immer wieder alte, ausgeblichene Feder. Also die Mauser ist ja notwendig, weil der Vogel natürlich sein Gefieder enorm abnutzt bei der Jagd, durch Sonneneinstrahlung bleicht es aus und so weiter. Es gibt auch Parasiten, die Federn am lebenden Vogel fressen. Also das muss einfach immer wieder mal erneuert werden und das ist das Geniale an den Vögeln, dass sie diese mit der Mauser bewerkstelligen können. Die haben also immer wieder mal einen völlig neuen Flugapparat zur Verfügung. Seeadler sind relativ plumpe Vögel, aber trotzdem schneidige Jäger, die also ein Graugarns erbreiten können zum Beispiel oder einen Feldhasen. Hier ein Immaturer Vogel oder ein Subadulter bei der Entenjagd. Seeadler verursachen erhebliche Panik unter Wasservögeln, also da steigen hunderte Vögel auf, wenn ein Seeadler erscheint, weil er an einem hohen Luftraum eigentlich nichts anhaben kann, aber am Boden sind sie also mit Sicherheit unterlegen. Ja, ein Übergang zu den Geiern. Bartgeier ist also ein Vogel, der im ganzen Alpenraum schon ausgerottet war. Auch ein Paradebeispiel dafür, wie der Mensch mit den großen Greifvögeln verfahren ist. Er hat sich also gnadenlos verfolgt, obwohl es hier einen völlig unschuldigen getroffen hat, der bekanntermaßen Assfresser und Knochenfresser ist und dem auch das Lämmerrauben und das Kinderstädeln angedichtet hat und dem also wirklich schonungslos verfolgt hat mit Gift und Abschuss. Uli Bartgeier in den Alpen entstammen ein Wiederansiedlungsprojekt, das seit Ende der 1990er Jahre recht erfolgreich läuft. Also im ganzen Alpenbogen gibt es inzwischen wieder Bootfahre. Bartgeier haben gigantisch große Reviere aufgrund ihrer Wahrungsökologie. Sie brauchen also große Streifgebiete, um ihren Bedarf an Fallbild oder an Ars decken zu können und an Knochen. Hier ein Adultervogel, also ein ganz markantes und einzigartiges Erscheinungsbild mit schmalen, langen Flügeln. Spitzflügelig, also für einen Geier recht ungewöhnlich und extrem langem Schwanz, keilförmig geformt, wie bei einem Quikroppen in etwa. Hier ein Altvogel, der die rostrote Färbung, also die Unterseite wäre an sich weiß und diese rostrote Färbung kriegt er bekanntlich durch Baden in eisenoxidhälten Schlammeln. Also er färbt sich damit sein Gefieder ein, das muss einerseits ein Schönheitsideal sein für Badgeier, andererseits hat es wahrscheinlich auch mit der Parasitenbekämpfung zu tun. Hier nochmals ein Altvogel, der namensgebende Portis, also dann markant ausgeprägt, den haben wir aber auch schon Junge. In Österreich derzeit zwei bis drei Brutpaare, also ein sehr, sehr kleiner Bestand und die Art ist nach wie vor verletzlich und anfällig zum Beispiel gegen Bleimunition als Arsfresser. Und also wild nach wie vor mit Bleimunition geschossen wird und dann Reste im Gelände liegen bleiben oder auch die Geier sich bedienen, das ist also der Badgeier äußerst anfällig, ebenso Steinadler, Seeadler, dass sie also indirekte Bleivergiftungen erleiden. Gelegenheit, das Gefieder einzufärben, also ursprünglich ist das Gefieder des Badgeiers auf der Unterseite Weiz. Ja, ein Blick in den Svensson, in das Bestimmungsbuch, veranschaulicht, dass Jungvögel fast schwarz sind und auch komplett anders proportioniert. Ich habe schon gesagt, viele junge Greifvögel haben viel, viel breitere Armflügel, der hat auch nur einen kürzeren Schwanz und im Laufe von sechs, sieben, acht Jahren kriegt er diese Adultkeit. Und Bordgeier werden auch extrem spätgeschlechtsreif und Orten, die geringe Reproduktionsrate haben, spätgeschlechtsreif werden, sind natürlich besonders anfällig für Verfolgung. Ein paar in Kärnten, ein Altvogel, verpart mit einem Immaturenvogel in der gemeinsamen Schlafwand. Die Insegeier hat wahrscheinlich in Österreich nie gebrütet, auch nicht historisch, da gibt es nur einzelne Bruten am Untersberg in Salzburg. Er ist nur Sommergast bei uns, kommt aus Kroatien hauptsächlich und es überwinnt dann über Sommer dutzende Vögel, vor allem die hohen Dauern. Immer wieder kommt es auch zu Vorstöße weiter nördlich oder auch in den panonischen Osten, aber das Gros übersommert in die hohen Dauern. Für den Gänsegeier typisch ist der eingezogene Hals, also der wird es so wie Gänse und die nach oben gehaltenen Schwingen im Kreisflug. Typisch auch die ausgebuchtete Armflügel und der sehr schmale Handflügel. Die Gänsegeier sind extrem kurzschwänzig. Den Mönzgeier habe ich, obwohl er noch sehr selten bei uns Auftakt dazu genommen, weil er einfach immer wieder und in jüngerer Zeit verstärkt unter Gänsegeiern anzutreffen ist. Mönzgeier sind noch größer, also 2,80 Meter Flügelspannweite, also Riesenvögel, kommen auch zum Übersommern in die Alpen und halten sich dann meistens in Gänsegeier-Trupps auf. Das sind viel, viel schwärzer, also die Unterflügeldecken, die beim Gänsegeier hell sind, sind beim Mönzgeier fast schwarz, noch dunkler als die Schwungfedern. Mönzgeier haben noch breitere Flügel, gleichmäßig verlaufend, also nicht diese Verengung hin zu den Handschwingen, stärker gefingerte Handschwingen im Vergleich und einen gesägten Hinterrand, der recht auffällig ist. Hier ein mausender Vogel, der also die inneren Handschwingen erneuert und entsprechend struppig ausschaut. Mönzgeier im Gleitflug mit stark gesenkten Handschwingenspitzen. Hier die beiden Orten im Vergleich, Gänsegeier unterseits im Unterflügel hell, untere Armdecken, Handdecken beige, beim Mönzgeier komplett schwarz oder weitestgehend schwarz. Insgesamt viel, viel dunkler der Mönzgeier, paralleler Flügel hinterrand, vorderrand, hinterrand parallel, beim Gänsegeier stark ausgebuchteter Armflügel, verjüngter Handflügel. In beide Orten sehr kurzschwänzig und als Assfresser natürlich auf Fallwild oder auf veränderte Haustiere. Der Schlangenadler ist ebenfalls ein Gast, der in zunehmendem Ausmaß in Österreich im Sommer auftaucht. Ein Zugvogel, der im Winter natürlich in Afrika ist. Er erhält sich praktisch ausschließlich von Reptilien, in erster Linie Schlangen. Es gibt auch vereinzelt Brutnachweise aus der Vergangenheit aus Österreich. Schlangenadler rütteln ausgiebig und können auch im Gegenwind stehen und erbeuten also in erster Linie wirklich Schlangen. Das Markante am Schlangenadler ist seine breite Schwanzbänderung, weil er ist relativ langschwänzig mit einigen dunklen Binden ähnlich wie Rahobicht. Und der dicht gebänderte und getupfte Unterflügel, der keinen dunklen Bugfleck aufweist. Also alle anderen Greifvögel, Mäusepussate, helle Wespenpussate, haben da einen dunklen Bugfleck am Handgelenk. Der fällt dem Schlangenadler in alle Kleider und markant ist bei den meisten Exemplaren, dass Kopf und Brust dunkel abgesetzt sind. Schlangenadler haben sehr kräftige Füße zum Erbeuten der Schlangen natürlich notwendig und eine leuchtend gelbe Iris. Das ist ein relativ großköpfig, was bei sitzenden Vögel aus größerer Distanz auffällt. Zu den Weihen. Die Weihen sind wieder eine berüchtigte Gruppe innerhalb der Greifvögel. Vier Arten in Mitteleuropa oder in Europa, wobei die häufigste die Rohrweihe ist, die durchaus nicht nur in großen Schilfgebieten brütet, sondern inzwischen auch in Äckern oder in Elefantengross bestehenden. Also ein Vogel der Niederungen, aber am Durchzug oder auch bei Nichtbrütern überall eigentlich im Land anzutreffen. Hier ein Männchen mit Handschwingenmauser. Man sieht also da fehlt einiges in der Mitte. Diese schiebt er gerade und die äußeren drei sind nur alt und abgenutzt. Typisches Männchen, unterseits sehr heller Flügel, rostroter Körper, grauer, hellgrauer Schatz. Männchen von oben, eine sehr markante Erscheinung. Wenn er ausgefärbt ist, also jüngere Vögel können ein verwirrendes Flugbild ergeben von der Färbung her. Ein Weibchen, sehr dunkelbraun mit ganz markante helle Flügel vor der Ränder, fast weiß und auch markanten weißen Scheitel und weißer Kehle. Also das ist das typische Erscheinungsbild einer weiblichen Rohrweihe. Dunkelbraun mit diesen weißen Markierungen. Die Rohrweihe haben im Vergleich zu anderen Weinen relativ breite Flügel, haben fünf vorstehende Handschwingenspitzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Im Gegensatz zu den zwei schlankeren Weinarten. Alle Arten brüten am Boden. Das Männchen tragt also da gerade Mistmaterial ins Schilfein. Auch der Jungvogel hat diese Farbverteilung, das Weibchen hat, ist aber viel schwer zerbraun und hat ein makelloses Gefieder in dem Fall. Also ohne Abnutzungsspuren, ohne irgendwelche Ausblechungen. Aber dieses markante Kopfmuster, heller Flügel vor der Rand, weiße Kehle oder beige Kehle, beiger Scheitbau. Rohrwein brüten also meistens in Feuchtgebieten, aber nicht immer. Und leben von Bodenlebewesen, Kleinzeugern, zum Teil Fischen, zum Teil Aas und zum Teil auch Jungvögel. Und sind entsprechend unbeliebt bei anderen Brutvögeln der Region, in dem Fall einer Weißbadseeschwalbe, die da die Rohrweier heftig attackiert. Rohrwein sind auch bei Menschen oder bei manchen Menschen leider recht unbeliebt. Und es gibt Zeitgenossen, die auf Oligreifvögel schießen und die Rohrweier erwischt sie immer wieder. Die ist also eine massive Schussmarke im rechten Flügel und erstaunlicherweise trotzdem nur flugfähig. Also auch in Österreich gibt es illegale Verfolgung, wo Rohrwein immer wieder betroffen sind mit zum Teil absurden Ergebnissen. Also einem ausgelösten Schlafplatz zum Beispiel im Weinfiertel mit über 30 Rohrwein, die dort erlegt worden sind. Also wirklich wüste Geschichten, wenn man bedenkt, dass die Vögel ganzjährig geschont sind. Die Kurenweihe, ebenfalls eine Weihe, die relativ breite Flügel hat mit fünf vorstehenden Handschwingenspitzen. Die Kurenweihe ist lange Zeit ausgestorben, ein Brutvogel Österreichs geworden. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sie sich wieder im nördlichsten Waldviertel das Brutvogel etablieren können in wenigen Brutbahnen. Einer der seltensten Brutvögel Österreichs. Unglaublich schöner Vogel, ein altes Männchen. Bleigrau mit fast weißer Unterseite und grau abgesetzten Kopf- und Brustbereich oder Kehlbereich. Gelbe Iris und markant dieser dunkle Flügelhinterrand. Denn andere Orte oder zumindest eine weitere Orte, die wir noch kommen werden, nicht haben. Bei uns sind also recht effiziente Jäger in Bodennähe, im gaukelnden Zugflug, patrouillieren sie über dem Gelände und können blitzartig stoppen und abkippen, um irgendeine kleine Beute, ein Kleinzeug oder sowas zu schlagen. Also äußerst wendige Jäger, die in erster Linie von Bodennähen beutetieren leben. Das Weibchen schaut ein bisschen aus wie ihre Junghaarwicht. Brade, dunkle Schwanzbinden, auch die fünf Handschwingenspitzen sichtbar und unterseits gebändet mit gestreifter Unterseite. Weißbützbeien, wie die drei Kornweien, Kornweie, Wiesenweie, Steppenweie im weiblichen und im Jugendkleid genannt werden, weil sie ja wissen, ob sie jetzt einen Bützler haben. Der richtigt in der Bestimmung, aber wenn man mal ein bisschen eingeschaut ist und die Bedingungen gut sind, ist es nicht so schwierig. Weien sind Bodenvögel, wie diese Kornweie. Sie schlafen am Boden, brüten am Boden. Hier ein junges Weibchen, Weibchen, weil es eine dunkle Iris hat und Jungvogel, weil er also rostbeige ist und helle, rostbraune Federsäume aufweist. Kornweien sind also häufige Durchziegler und Wintergäste aus dem Norden und wie gesagt, der Brotbestand ist winzig im nördlichen Waldviertel. Auch hier ein Jungvogel, markant diese hellen Federränder an den Handdecken und den Armdecken und auch am Großgefieder kennzeichnet er so eindeutig einen jungen, diesjährigen Vogel. Die Steppenweihe ist ein Rotvogel Osteuropas, war einmal lange Zeit ein sehr seltener Gast, eine Ausnahmerscheinung. Inzwischen ist sie in Österreich wirklich ein ... Fast weiß an der Unterseite, extrem schlank. Und die Steppenweihe ist eine, die nur vier Handschwingenspitzen sorgt. Die vorstellen eins, zwei, drei, vier. Die fünfte ist schon eigentlich im geschlossenen Flügel. Also viel schlankflügeliger und markant bei der Steppenweihe, abgesehen von dieser fast weißen Erscheinung, dieser schwarze Keil. Also nicht eine breitschwarz abgesetzte Handschwingenspitze, sondern nur ein schwarzer Keil. Weih nahm der Nacht, dass also ausgefärbte Männchen bei uns fast immer die seltenste Erscheinungsform sind und meistens hat man es mit jüngeren oder immatureen Vögeln oder Schlichtkleidvögeln, also Weibchen zu tun, die bedeutend schwieriger in der Bestimmung sind. Auch hat auf der Oberseite ausgesprochen hell männliche Steppenweihe und dieser schwarze Keil der Ort kennzeichnend ist. Die Steppenweihe hat keinen dunklen Flügelhinterrand, wie es die Kornweihe und die Kornweihe. Ein vorjähriges Männchen, also da muss man sich schon relativ gut auskennen, dass man den Vogel bestimmen kann. Langstreckenzieher, der in Afrika überwintert und zu beiden Zugzeiten bei uns auch auftauchen kann. Und auch auf sehr, sehr große Distanz ist eine junge Steppenweihe gut bestimmbar. Der Vogel war also mehr als einen Kilometer weg und die Aufnahme ist extrem außervergrößert. Dieser helle Kragen und diese dunkle Boa kennzeichnen eindeutig die junge Steppenweihe, auch der helle Handflügel. Aber wenn das Foto natürlich miserabel ist, aber für einen Artnachweis reicht es. Da sieht man nochmal die verwirrende Vielzahl der Kleider. Also das alte Männchen ist recht einfach bestimmt. Das Weibchen hat einen verdunkelten Armflügel. Und die Jungvögel haben diesen hellen Kragen und diese dunkle Boa als wichtiges Kennzeichen. Die Wiesenweihe wiederum ist Brutvogel in Österreich. Sehr, sehr selten im Osten, Waldviertel, Weinviertel und im Neusiedlerseegebiet in erster Linie. Kennzeichnend für das Männchen ist dieser schwarze Flügelstreif auf der Oberseite. Auf der Unterseite sind es zwei Streifen. Die breitschwarze Handschwingenspitze, auch die Wiesenweihe, hat nur vier vorstehende Handschwingenspitzen. Und auf dem Unterflügel bzw. auf die Flanken diese rostroten Markierungen, die nur die Wiesenweihe hat. Das Weibchen ist also eine typische Weißkürzelweihe ohne besondere Kennzeichen. Außer, dass er diesen weißen Halsring nicht hat, den die Steppenweihe hätte. Und vier Handschwingenspitzen im Vergleich zu fünf bei der Kornweihe. Und einen sehr hellen, klar gebändeten Unterflügel im Armflügel. Die Wiesenweihe, so wie man es im Bestimmungsbuch sieht, also auch da, verwirrende Vielfalt. Adulte und junge Vögel recht einfach oder relativ einfach bestimmbar schwierig sind. Also mausende zweites Kalenderjahr zum Beispiel oder drittes Kalenderjahr, die noch nicht ausgefärbt sind. Wir kommen zu den Habichten. Ein junger Habicht, also Habichte oder der Gottung Akzibiter sind markant von den Proportionen her, eher gedrungener Körper, langschwänzig, kurz und breit fliegelig. Also das kennzeichnet Habicht und Sperber in erster Linie bei uns. Typische Jäger des Waldes oder der Dickung, wo sie also durch den langen Schwanz äußerst manövrierpflegig sind. Der Junghabicht ist gekennzeichnet durch die semi-gelbe Unterseiten mit deutlicher Streifung und die bratschwarzen Binden im Schwanz. Habichte, Habicht und Sperber sind also ausgesprochen wendige Jäger, habe ich schon gesagt. Dazu bedienen sie sich der Schwanzform und der kurzen Flügel. Sie sind unglaublich wendig und leben wieder Habicht zum Beispiel in erster Linie von Bodentieren oder bodennahen Vögeln, die dort erbeutet werden. Grähen zum Beispiel. Der Hügel schaut ganz anders aus, er hat nicht mehr diese Längsstrichelung auf der Unterseite, sondern eine feine Querbeänderung und die Iris ist orange und kann fast rot werden bei Männchen. Also Habichte werden zum Beispiel mit zunehmendem Alter immer heller, die Markierungen in den Schwungfedern verlieren sie und sie werden oben fast silbergrau. Habicht und Sperber im Flug sind ein schwieriges Thema und in vielen Fällen nicht eindeutig bestimmbar, wenn die Bedingungen schlecht sind. Im günstigen Fall hat der Habicht einen massiven, großen Kopf, kräftigen Schnabel, ausgebuchtete Orgen schwingen und eine verengte Hand und er hat breite Hüften. Also der Sperber ist einfach ein schmächtiger Vogel, wobei man sagen muss, Sperber, Weibchen und Habicht, Männchen sind durchaus ähnlich schon in den Größenverhältnissen, aber eben in den Proportionen doch deutlich verschieden. Habicht ist einfach ein großer, kompakter, kräftiger Vogel. Der Sperber ist wie hier schmächtig und deutlich kleiner normalerweise, vor allem das Männchen. Ein Jungsperber, also Sperber erbeuten in erster Linie Kleinvögel, hier einen Grünling. Und da ein Paradebeispiel dafür, wie der Größenunterschied zwischen Greifvögeln gelagert ist. Bei fast alle Orten ist das Weibchen größer als das Männchen, was man natürlich nur im direkten Vergleich nebeneinander feststellen kann. Sperbermännchen, ein adultes Männchen mit der rostbraunen Unterseiten. Da verliert sich dann die Sperberung ein bisschen und oberseits wieder komplett Bleigraub. Also alte Sperber sind unglaublich schöne Vögel. Hier ein altes Weibchen, feine Querbänderung, fast weiß auf der Unterseite, hier von einer Felsenschwalbe attackiert. Und ein Jungvogel, der also dadurch gegenseitig ist, dass eine helle, beige Hände hat auf der Oberseite und unten eine breite Sperberung. Also die Bänder grob und weit abgesetzt und an der Brust fast in eine Tropfenfleckung übergehen. Während der Altvogel, wie Sie gesehen haben, diese feine Änderung hat. Im Größenvergleich ist der Sperber leicht bestimmt. Wenn also da wie hier von einer Krähe attackiert wird, ist völlig klar, dass das ein Sperber ist und kein Haarbicht. Auch anhand dieser ganz ganz dünnen Sorten Läufe eindeutig. Aber es gibt eben Fälle, wo man es wirklich nicht sagen kann. Unser Heu ist eine kräftige Gestalt. Plumpenkörper, kurzen Hals, dicken, großen Kopf, der nicht weit vorsteht. Breite Flügel und einen Schwanz, der ungefähr zwei Drittel der maximalen Flügelbreite ausmacht. Wespenpusser, da haben wir uns erinnert, ist deutlich langschwänziger. Habicht sowieso viel langschwänziger, kurzflügeliger. Also die Proportionen sind deutlich verschieden. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit der Greifvogelbestimmung vertraut machen möchte. Er muss ein paar Standardarten wirklich gut verinnerlicht haben. Das ist der Mäusepusser, das ist ein Sperber, das ist ein Turmfalke. Also wenn man den mal abgespeichert hat in allen Lebenslagen sozusagen, dann tut man es ja mit der Bestimmung seltenerer Orten wesentlich leichter. Mäusepusser, kompakte Erscheinung, breitflügelig, kurzschwinzig in Relation, also zwei Drittel ungefähr der maximalen Flügelbreite. Ein Altvogel mit einem breit dunklen Flügelhinterrand oder zumindest ein immatureer Vogel, kein junger mehr. Die Iris wird dann dunkelbraun mit zunehmendem Alter und an den Flanken wird er immer mehr gefleckt statt gestrichelt. Altvogel mit brauner Iris. Hier ein alter, der also dann auf den Flanken schon diese Bänderraum entwickelt, wo Jungvögel längs gestreift sind. Breiter Flügelhinterrand, der den Jungen fällt und eine schwarze Schwanzendbinde, die man da nicht nur sieht, aber die den Jungvögeln auch fällt. Da haben wir also einen alten und einen jungen Mäusepusser, den Kampf um die winterliche Nahrung. Jungvogel, längs gestrichelte Brust, Altvogel quer gebändert. Braune Iris beim Altvogel, hell strohgelbe fast beim Jungvogel. Keine dunkle Schwanzendbinde, da sieht man es nicht. Und hier breite Flügel, breit dunkler Flügelhinterrand, den der Jungvogel auch nicht hat, aber das sieht man da blöderweise auch nicht. Aber Sie können es glauben, es ist so. Altvogel in der Mausa, man sieht also da, dass die äußeren Hand schwingen. Gerade wachsende Haut, alle erneuert und die schiebt er gerade noch. Und auch der Schwanz ist in Mausa. Aber sonst ein ganz klassischer Altvogel, kurzschwänzig im Vergleich zur Flügelbreite. Gedrungener Körperbau, breiter Kopf, kurz, nicht weit nach vor gestrickt. Der Adlerbussert, eine Ort, die in den letzten Jahren mehr und mehr nach Österreich vordringt. Also der hat eine Bestandszunahme in östlichem Mitteleuropa hinter sich. Und es gibt immer wieder Adlerbussert, die in Österreich längere Zeit aufhalten. Über Sommer, wie auch über Winter. Kommt beides schon vor. Meistens sind es immer dure oder jüngere Vögel. Aber man kann vielleicht eines Tages erwarten, dass sogar ein Brotvogel bei uns heimisch werden könnte. Großer Vogel, der heißt nicht umsonst Adlerbussert. Mit langsamen Flügelschlägen, also durchaus adlerartig. Lange Flügel, relativ langer Schwanz, relativ hohe Beine. Hier ein Jungvogel, der nur eine Bänderung aufweist im Schwanz und ein helles Flügelhandschwingen fällt. Dem Altvogel fällt das Handschwingen fällt dann und der Schwanz wird fast ohne Bänderung zimtrot. Die eine Feder erneuert er gerade. Da sieht man schon, die hat auch irgendwie zwischendurch verloren. Und man sieht, die kommt ganz anders wieder nach, als die Jugendkleidfedern waren. Die Bänder werden immer weniger mit zunehmendem Alter. Adlerbusserte sind hochbeinig. Die stehen also schon wirklich hoch in der Landschaft. Sie sind sehr häufig am Boden stehend zu beobachten. Oder wie hier auf einem Mosten. Weitestgehend auf Ostösterreich beschränkt. Aber es gibt immer wieder auch Fälle, wo in der Obersteiermark oder auch im Vorarlberg schon Adlerbusserte aufgetaucht sind. Also den kann man überall erwarten. Der Raufuspussert, Wintergast aus Skandinavien und aus der Arktis. Oder nicht aus der Arktis, sondern aus der Tundra. In unterschiedlicher Zahl. Also Mitteleuropa wird hauptsächlich im Norden und Osten frequentiert. Im Alpenraum ist der Raufuspussert als äußerst seltener Wintergast. Schwieriger zeitweise vom Mäusepussert zu unterscheiden. Ein wichtiges Merkmal ist diese Schwanzendbinde, die wie hier bei einem Jungvogel unscharf abgesetzt ist. Also dunkle Endbinde mit praktisch weißem Schwanz. Auf der Unterseite sehr, sehr hell am Unterflügel mit deutlichen Kapallfleck. Also dieser Handwurzlerfleck ist ganz, ganz markant schwarz. Und meistens ist der Bauch auch abgesetzt schwarz und der Kopf sehr, sehr hell. Die namensgebenden rauen Füße, also die befiederten Läufe, sieht man dagegen nur ganz, ganz selten. Die helfen einem bei der Bestimmung fast gar nichts. Raufuspussert ist ein Vögel der offenen Kulturlandschaft im Winter. Vorzug in der Ebene und in Tieflagen. Zuhause hier ein Altvogel. Kleinerer Schnabler ist ein Mäusepussert. Schwarzer Bauch, scharf abgesetzt die schwarze Brust. Sehr heller Unterflügel mit dunklem Buchfleck. Und dieser breitschwarze Schwanzrand mit einer ganz schmalen weißen Endbinde. Jungvogel, sehr heller Kopf, helle Brust, schwarzer Bauch. Und die Schwanzzeichnung ist hier nur zu erahnen. Also der ganze Schwanz weiß mit dunkler Endbinde. Auch da wieder die Flügelzeichnung ganz markant. Und da kann man auch die befiederten Läufe erahnen, die bis auf die Zehen eben zart befiedert sind. Raufuspusserte rütteln sehr sehr viel. Wobei man sich da nicht verleiten lassen darf. Auch Mäusepusserte rütteln. Und stehen vor allem bei Sturm oder bei starkem Wind häufig im Gegenwind. Also das Rütteln alleine ist kein Merkmal für einen Raufuspussert. Da muss man schon weitere Merkmale wie Unterseitenzeichnung und vor allem die Schwanzbinde kontrollieren. Und es gibt leider auch Mäusepusser, die einen sehr hellen, fast zeichnungslosen Schwanz haben und eine breite dunkle Endbinde. Also das gibt es leider auch. Wir kommen zu den echten Adlern der Gattung Aquila. Schreiadler, ehemals Brutvogel in Österreich. Jetzt nehmen wir sehr seltener Durchzügler. Der Großteil des Bestandes zieht viel weiter östlich durch. An den Bosporus. Ein Immaturer Vogel. Extrem kurzschwänzig und breitflügelig. Also typische Adlerstatur. Aber nur etwas größer als ein Mäusepusser. Verwirrende Kleidervielfalt. Aber im Jugendkleid und im Adultkleid relativ gut bestimbar. Er hat eine Zwillingsart. Den Schelladler, der auch in Österreich ganz selten oder unregelmäßig auftaucht. Als Wintergast und als Durchzügler. Also da empfehle ich einen Blick ins Bestimmungsbuch. Um die zwei Orten auseinander zu halten. Da lassen wir uns jetzt nicht näher drauf ein. Im Größenvergleich zum Mäusepusser deutlich größer. Breitflügeliger als eine typische Adlerstatur. Breitgefingerte Hand. Sehr kurzschwänzig. Schreiadler sind also Brutvögel Ost-Nordosteuropas. Also vor allem in Ostdeutschland schon und in Polen und so weiter. Das sind also verbreitete Brutvögel. Langstreckenzieher die in Afrika überwinter. Der Kaiseradler ist ähnlich dem Seeadler. Eine Erfolgsgeschichte in Österreich. Der also nach langer Ausrottung wieder zurückgekehrt ist. Und zwar durch strengen Schutz in Nachbarstaaten. Also Österreich hat da nicht wirklich viel dazu beigetragen. Und man glaubt der Kaiseradler ist ein Steppenvogel. Der also bei uns keine Lebensräume mehr findet. Und der kommt aber in der durchschnittlichen Kulturlandschaft sehr, sehr gut zurecht. Man muss ihn nur in Ruhe lassen. Und leider werden ein erheblicher Teil der bei uns schlüpfenden und flügge werdenden Kaiseradler sterben eines unnatürlichen Todes. Der Altvogel ist eine tolle Erscheinung. Also unterseits fast schwarz mit strohgelben Nacken und Oberkopf. Ganz fein grau gebändeten Schwanzen mit Bruder in Binde. Kaiseradler segeln und gleiten mit leicht nach unten hängenden bzw. waagrechten Flügeln. Im Gegensatz zu einem Steinadler zum Beispiel. Der Jungvogel schaut komplett anders aus. Er ist mehr oder weniger Semmelgelb mit stark aufgehellten inneren Handschwingen. Das ist also ein wichtiges Merkmal, dass er da so silbergrau ist. Und feine Strichel auf der Ober- wie der Unterseite. Ein sehr bunter und auffallender Vogel vor allem auf der Oberseite. Diese hellen Ränder an den großen Armdecken und Handdecken sind also typisch Jugendkleid. Und diese feinen hellen Schaftstriche und die hellen rostbeigen Oberschwanzdecken. Dieser Vogel ist besendert und lebt nicht mehr. Er ist also Opfer einer illegalen Verfolgungssache geworden. Kaiseradler sind offenbar trotzdem, trotz der Verfolgung im Aufwärtstrend in Österreich. Der Bestand ist schon weit über 20 Brutpaare. Es werden in Ausbreitung begriffen, wenn man sie nur ließe. Und hier ein Immaturer Vogel, der vom dem gelben Jugendkleid ins dunkle Alterskleid mausert. Seine Zwillingsorte, der Steinadler, könnte man glauben, die zwei kann man nicht verwechseln, weil sie verschiedene Lebensräume besiedeln. Dem ist aber nicht so. Also Steinadler tauchen durchaus auch im Tiefland auf und Kaiseradler auch im Gebirge am Durchzug. Kann man nicht ausschließen. Steinadler haben im Gegensatz zum Kaiseradler die Flügel leicht angehoben. Sie haben also da eine merkliche Einkerbung zum Körper hin, die ganz typisch ist für den Steinadler. Das ist ein langschwinziger Jungvogel, der nur weiße Felder in den Handschwingen aufweist und eine weiße Schwanzbasis. Auch hier ein Jungvogel, der ganz, ganz düster schwarzbraun ist und im Alterskleid noch viel, viel heller wird. Hier ein alter Steinadler. Die Markierungen in den Schwingen und die Beänderungen und Flecken sind individuell verschieden, aber auch altersabhängig. Also anhand dieser Zeichnungsmuster kann man auf kein Alter mehr schließen. Aber jedenfalls mit zunehmendem Alter werden die Vögel immer heller. Also vor allem im Kopf- und Nackenbereich werden ganz strohgelb. Der Fischadler, ein wirklicher Nahrungsspezialist, auch ein historischer Brutvogel Österreichs, in den 1930er Jahren letzte Brut am Ofensee ausgerottet. Und auch der ist wieder am Fuhrmarsch in Europa und könnte eines Tages wieder Österreich als Brutheimat auswählen. Ein Jungvogel, kenntlich an diesen weißen, sauberen Rändern. Langstreckenzieher, der also in Afrika überwintert. Ein Weibchen, kenntlich an dem dunklen Brustband. Der Fischadler ist so ähnlich wie der Schlangenadler, ein wirklicher Nahrungsspezialist. Da hat er seinen Praxen erbeutet. Er lebt praktisch ausschließlich von Fischen, die er stoßtauchend aus dem Wasser holt. Er lebt ausschließlich an Gewässern, am Durchzug praktisch nur an Gewässern anzutreffen. Hier wieder ein Jungvogel, kenntlich an diesem sauberen, makellosen Gefieder ohne Mausergrenzen und an diesen hellen Rändern am Weg nach Afrika. Wir kommen zu den Falken. Fünf Arten brüten in Österreich. Der häufigste ist der Turmfalke. Wenn man ihn als Greifvogel bezeichnet, ist er nach dem Mäusebus der zweithäufigste Greifvogel Österreichs. Dem sollte man doch sehr vertraut sein, damit man andere Falkenarten bestimmen kann. Unterschiede zu den Habichtortigen sind in erster Linie am Schnabel, der also diesen Falkenzahn aufweist. eine Kerbung am Oberschnabel und Falken bauen keine eigenen Nester. Also sie nehmen, was sie finden, brüten in anderen verlassenen Nestern oder teilweise am Boden oder auf Felsen oder an Gebäuden, aber bauen jedenfalls keinen Reisekorst wie die Habichtortigen. Altes Männchen des Turmfalken, gekennzeichnet durch den grauen Kopf, angedeuteten Bartstreifen, gefleckten rostbraunen Rücken, grauen Schwanz mit breitschwarzer Endbände. Seine Zwillingsort, der Rüttlerfalke, der bis in die 1980er Jahre in Österreich gebrütet hat, ist ausgestorben. Ein Insektenjäger, dem es also in unserer Landschaft an den Kragen gegangen ist, einzig durch Verlust des Lebensraumes. Dieser Turmfalke hat eine Maus erbreitet, der tragt also ganz kompakt an den Körper gepresst zum Weibchen in der Pfalzzeit. Turmfalken rütteln irrsinnig häufig, also hier ein Weibchen rüttelnd, das dürfte der Jungvogel sein. Sie stellen sich bei starkem Wind einfach in den Gegenwind, ein typisches Merkmal des Turmfalken. Aber Vorsicht, auch der Rotfußfalke rüttelt sehr, sehr häufig. Also der Turmfalke ist nicht der einzige, der bei uns rüttelt. Der Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen ist auch bei den Falken gegeben. Die Männchen sind deutlich kleiner als die Weibchen. Und Falken, wie gesagt, bauen keinen Äster. Dieses Bohr brütet in einem Nieskasten zum Beispiel. Der Rotfußfalke mit nur ein bis sechs Brotbahnen, einer der seltensten Greifvögel Österreichs, überhaupt einer der seltensten Vogelarten. Ein Nahrungsspezialist, der in erster Linie von Großinsekten lebt, wie da von einem Maikäfer. Ein altes Männchen. Und nachdem Falken keine Nester bauen, braucht der Rotfußfalke in diesem Fall alte Krähennester. Und er nutzt dazu vor allem Saatkrähenkolonien. Wo er also leere und aufgegebene oder verlassenen Nester nutzt, aber auch welche waghalsig erobert und den Krähen objagt. Rotfußfalken werden Koloniebrüter, aber es kommt leider in Österreich nur mehr ganz selten vor, dass mehrere Paare in einer Kolonie zusammenbruten. Dieser Vogel ist heuer im Seewinkel fotografiert im Mai. Er wurde in Oberitalien, ich glaube 2016, beringt als Nestling. Also in Italien geboren, in Österreich pflanzt er sich fort. Altes Weibchen schaut komplett anders aus als das Männchen. Semmelgelbe, Unterseite, beiger Scheiter, helle Kehle und vor allem gebänderte Schwanzfedern und Schwungfedern. Hier mit einer Grille, also die Großinsekten sind die wirkliche Nahrungsgrundlage des Rotfußfalken. Hier in München im zweiten Kalenderjahr. Da ist also das Großgefieder, also Schwanz- und Flügelfeder noch im Jugendkleid. Das Körpergefieder hat schon teilweise in ein Alterskleid vermausert wird. Also grau mit diesen roßbraunen Hosen, die dann zum Vorschein kommen. Aber noch immer ein fleckiges Erscheinungsbild. Jungvogel, pflücker Jungvogel in seinem ersten Lebensjahr. Schaut ein bisschen an Baumfalken, ähnlichen Jungen. Die Kopfkappe ist anders gezeichnet. Er hat da eine helle Stirn, die der Baumfalke genäht hat. Und er hat vor allem gebänderte Schwanzfedern, wo der Baumfalke die mittleren ungebänderte grau hat. Rotfußfalken am Durchzug leben also von allemöglichen Insekten, auch von Regenwürmern. Ein kleiner Falke, der bei uns nur im Winter auftaucht, ist der Merlin. Sehr selten im westlichen und südlichen Österreich, vor allem im banonischen Osten und im Norden. Weinviertel, Waldviertel Wintergast, aber immer auch sehr selten. Der Großteil überwintert einfach weiter nördlich. Der kleinste Falke Europas, also das Männchen nur gut so groß wie eine Misteltrossel. Schiefergraue Oberseite und beige Unterseite mit feinen Stricheln. Kennzeichnen den Altvogel, also das alte Männchen, der dem Weibchen sehr sehr ähnlich schaut. Merlin sind äußerst schnittige Jäger, die in erster Linie Kleinvögel erbreiten. Sie können also durchaus an Wanderfalken ähnlich schauen, wenn man keinen Größenvergleich hat. Und wenn man aber den Vergleich zu einer Krähe hat, ist es dann ein dreutiger, also das ist wirklich ein kleines Vogel, aber unglaublich gewandter und wendiger, schneidiger Jäger. Der Baumfalke wieder ist Brutvogel in Österreich. Nach dem Turmfalken die häufigste Falkenart, wird da in verlassenen Krähennestern meistens, Krähen- und Elsternnestern. Baumfalken sind äußerst schnittige und schlanke, wendige Jäger, die in erster Linie Kleinvögel erbeuten, sogar Schwäumen und Segler und Großinsekten in der Luft erbeuten. Vor allem schwärmende Insekten wie hier, also Kircherfliegen zum Beispiel, Maikäfer, oder Libellen, die auch gleich im Flug verzehrt werden. Der alte Baumfalke ist gekennzeichnet durch diese schwarz gestrichelte Unterseite und die rostroten Hosen und Steißgegend und durch diese markante schwarze Kappe mit Bartstreif und diesen schwarzen Koteletten hinten, die ihn auch von einem Wanderfalken unterscheiden oder auch von einem Eleonorenfalken, von dem es inzwischen auch einen Nachweis aus Österreich gibt. Hier zwei erduhlte Baumfalken, der Stah da oben hat nichts zu befürchten, also sie jagen praktisch nur im Flug. Ein Jungvogel, der durchaus am Wanderfalke sehr sehr ähnlich schauen kann, außer dass er schlanker und viel lang gestreckter ist und auch die Kopfkappe wie gesagt anders ist. Also diese Koteletten hätte der Wanderfalke genäht, aber diesen schwarzen Bartstreif sehr wohl. Der Sakerfalke, ein Spezifikum des Ostens, einer der selteneren Brutvögel mit um die 30 Brutpaare, brütet neuerdings verstärkt auf Strommasten in Nisthilfen, ursprünglich hauptsächlich in großen Greifvogelhorsten in der Au, den Reiherhorsten zum Beispiel. Sakerfalken sind fast so groß wie ein Mäusebussert, also wirkliche Kaliber, Vogeljäger wie auch Säuger werden erbreitet und auf den Osten Österreichs als Brutvögel beschränkt. Aber immer wieder tauchen auch Vögel im Westen oder in der Mitte Österreichs auf. Besenderte Vögel überfliegen ganz Österreich und werden nicht einmal registriert, außer durch die Satellitenortung. Also da gibt es immer wieder Besuch, der kaum in Erscheinung tritt. Altvogel, also am Boden stehend, eine massige Erscheinung. Oli Falken an meine dunkle Iris, habe ich zuerst vergessen zu sagen. Altvogel in einem Baum, in einer Warte, wo er also auf Beute wartet, die im bodennahen Flug meistens geschlagen wird. Auch hier ein Altvogel. Ich kennzeichne natürlich die feinen weißen Flecken im Schwanz. Sehr heller Kopf, sehr heller Kopf und anscheinend. Und dieser abgesetzte helle Mantel mit den Flügeldecken von den dunkleren Schwungfedern. Wie gesagt, Sackerfalkenbritten in Österreich gehen auf Hochspannungsmasten, wo Nistplattformen angebracht werden. Da haben wir das Weibchen und das Männchen. Also auch da hat der Größenunterschied sehr sehr deutlich. Und hier die letzte Art, mit der wir uns näher befassen, der Wanderfalke. Ein Vogel, der bekanntermaßen am Rande der Ausrottung war in den 1960er, 70er Jahren, durch DDT, also als Vogeljäger, sehr exponiert gegenüber Umweltgiften und Schadstoffen in der Natur. Das hat ihm also beschert, dass die Eischalen zu dünn geworden sind, dass die Eier zerbrochen sind bei Brüten, beziehungsweise keine Küken mehr geschlüpft sind. Und allein das Verbot des DDT und ähnlicher Schadstoffe hat also bewirkt, dass die Wanderfalken sich wieder gut erholt haben. Strenger Schutz natürlich hat was ausgemacht. Und in der ersten Zeit rigorose Überwachung der Brutplätze. Hier ein Altvogel, ein schnittiger, wendiger Vogeljäger, der sich praktisch ausschließlich von fliegender Beute ernährt. Markante schwarze Kopfkappe und gebärter Bauch, eng gestrichelte, fast weiße Brust zeichnen den alten Mann der Falten aus. Altes Weibchen in Brutplatznähe auf einem beliebten Sitzfelsen, die kennzeichnet durch die schwarze Kappe und diesen schwarzen Bartstreifen. Bleigrau auf der Oberseite. Wanderfalken brüten in Österreich fast nur in Felsen. Es gibt aber auch schon erste Gebäudebruten und in Nistkästen. Also der wäre durchaus plastisch und braucht keine Felsen, kommt im Flockland spielend existieren. Allerdings sind die Baumbrüter-Populationen in Mitteleuropa ausgestorben. Also der hat früher auch einen Greifvogel heißen, zum Beispiel gebrütet. Ein Weibchen, das gerade vom Männchen einen Kleinfogel übernommen hat. Und da haben sie ein Zwiegespräch, Felsen, Schwalbe und Wanderfalke im Brutgebiet. Der junge Wanderfalke ist unterseits nicht quergebändert, sondern längs gestreift, ab beigem, semi-gelbem Grund. Hier hat er die Reste eines Kibitzes vor sich, den er noch von den Eltern übernommen hat. Also in diesem Alter kann er noch nicht selber jagen. Und hier letzte Aufnahme. Ein junger Wanderfalke, der sich also im Winter in Wasservogelgebieten aufgehalten hat, wo er also ausreichend Beute macht. Das heißt zwar Wanderfalke, aber unsere Populationen überwintern durchwegs Altvögel in den Brutgebieten und Jungvögel gerne in den Niederungen, wo sie also reiche Beute in Flussniederungen und dann Wasservogelplätzen machen. Und Geschlechtsreife dann erst meistens im dritten Lebensjahr. Im zweiten Lebensjahr wird die Bänderung dann ein bisschen sichtbar und die Vögel werden grauer oberseits, aber im Großen und Ganzen ausgefiedert sind sie erst im dritten Kalenderjahr. Gut, ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass dieser rote Punkt da niemanden so grob wie regiert hat wie mich. Den hätte ich nur wegruppen können, aber wenn ich das auch noch anfange, dauert es wieder eine Viertelstunde länger. Und ich hoffe, es war für alle etwas Interessantes dabei. Man hat mich gut verstanden und ich hoffe auch, dass noch einige Fragen auftauchen.